Die Straße bis zur Siegesäule ist komplett voll mit Leuten und da drüben stehen noch ein paar und rufen alle zusammen gegen den Faschismus. Das ist echt unglaublich. Statt ich mal hier rüber kommen und sich das mal angucken, wer hier alles ist. Die Zeiten hat sich geändert. Früher haben sie alle niedergebrüllt und heute stehen sie mit ein paar Leuten da und machen sie gleich noch Licht.